Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Tanks und zwar im Part Nr. 11. In der Version 0.8.5, denn am Dienstag meine ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube Dienstag ging die Version live mit einigen Änderungen. Das wird jetzt zwar kein Vorstellungsvideo zum neuen Patch, aber so ein paar relevante, also für mich relevante Sachen möchte ich euch dann doch vorstellen. Und zwar fange ich da an mit dem VK3601H, den habe ich das letzte Mal ja schon mal kurz erwähnt, was ihn treffen wird mit der Patch-Keule. Eigentlich war es keine Keule, sondern eigentlich war es ein Patch-Watte-Bäuschchen, denn der wurde meiner Meinung nach ziemlich gebufft durch die konische Waffe. Das habe ich ja letztes Mal schon kurz erklärt, die hatte ursprünglich nur 60 Schaden gemacht, macht jetzt stolze 165 Schaden. Und ja, das ist wie gesagt also ein Buff von 100 Schaden, hat immer noch eine sehr hohe Durchschlagskraft, also eine sehr gute Waffe. Für mich jetzt deutlich besser als die 7.5er KWK und eigentlich auch besser als die 8.8er. Die 8.8er macht zwar tendenziell mehr Schaden, aber hat eine niedrigere Durchschlagskraft, außer man spielt sie eben mit der Goldmunition, wobei sie dann gerade mal mit der Goldmunition die Durchschlagskraft der konischen 7.5er hat. Also für mich eine richtig schöne Waffe und habe ich jetzt auch drauf. Kann man auch sehr gut spielen, ist auch recht genau. Ansonsten haben sie hier noch ein Pünktchen reingesetzt und im Forschungstree, das habe ich auch letztes Mal kurz erklärt, ist jetzt die Verbindung gekappt worden zum VK3601, glaube ich war das. Ich meine aber, der war T6 vorher, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall konnte man vorher runter techen auf die Panther-Linie, sage ich mal. Das geht jetzt nicht mehr, das wollte ich ja eigentlich noch schnell machen, wobei ich dachte, dass ich dann über den zum Indienpanzer kommen könnte. Die Annahme war falsch, das funktioniert nicht, ich muss einen komplett neuen Tech-Tree öffnen und ich finde die Indienpanzer-Linie eigentlich sehr interessant. Ich mag diesen kleinen Tiger, also der wird Kleintiger genannt, weil er wirklich so ähnlich aussieht. Also der hat die Kastenform von dem Tiger, er ist zwar etwas kleiner, ist sehr langsam, hat dafür eine sehr hohe Panzerung. Ich glaube, laut Patch bzw. laut Wargaming die beste Panzerung eines T8 mittleren Panzers. Inwiefern das stimmt, weiß ich nicht. Also der hat 90, 90, 45 Wann-Panzerung, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, als mittlerer Panzer wird er wahrscheinlich mit die beste haben, aber ja, ansonsten hat er eine richtig ordentliche Waffenauswahl. Hier auch die 9 cm, 212 Durchschlag, 240 Schaden. Ich glaube, der reiht sich dann wahrscheinlich mehr in Richtung Sniper-Panzer ein, weil der ordentliche 0,34 Genauigkeit auf 100 Meter hat. Das ist schon nicht gerade scheiße, das ist schon echt ganz gut. Also relativ viele T8-Guns hat er hier. Ja, wie genau der ist, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht gespielt. Wenn ihr da mehr Erfahrung habt, könnt ihr mir das gerne mal sagen. Ansonsten haben die Deutschen noch ein paar neue leichte Panzer bekommen, und zwar den Aufklärungspanther und den VK2801, meine ich. Den gab es davor auch nicht. Und ja, das Ganze hier, insbesondere mit den mittleren Panzern, hat Wargaming gemacht, damit die Deutschen auch ein paar ordentliche mittlere Panzer kriegen. Jetzt könnte man sagen, der deutsche Tree ist sowieso schon sehr aufgeblasen. Ich glaube, das ist der Tree mit den meisten Panzern. Aber mittlere Panzer waren hier tatsächlich nicht ganz so stark vertreten. Also man hatte die Panther-Reihe, glaube ich. Und da hörte das dann auch schon auf. Da sind die US-Amerikaner, glaube ich, ein bisschen besser vertreten, meine ich. Nö, die haben, ja doch, die haben schon zwei Reihen. Die haben einmal die T-Reihe hier oben, und die haben die Pershing- und Patton-Reihe, also über den T20. Aber sonst, ja, das war es eigentlich größtenteils. Ich glaube, die anderen haben auch noch teilweise ein paar, ein paar, ähm, äh, ihr wisst schon, Panzer spendiert bekommen. Aber so genau kenne ich mich da jetzt nicht aus. Ich habe mir den Patch zwar durchgelesen, aber aus dem Kopf, das jetzt alles zu sagen, und das wäre jetzt etwas zu viel verlangt. So, na gut. Ich würde jetzt sagen, machen wir ein Match. Das war jetzt ein bisschen sehr gebrabbelt, fünf Minuten. Dafür werde ich die Folge ein bisschen länger halten. Also, die fünf Minuten, die ich jetzt gebrabbelt habe, werde ich einfach hinten dran setzen, dass wir dann 20 Minuten haben und vielleicht noch zwei bis drei Gefechte fahren können. Und ich würde sagen, wir fahren heute mal, weil es sich gewünscht wurde, mit dem SU85, mit der SU85. Der Wunsch kam vom, äh, GamerCatLP. Ja, spielen wir mal bitte den SU85 Rio und das mache ich natürlich gerne. Ich habe euch ja gefragt, was ich denn als nächstes oder nächsten Folgen spielen soll. Und, ähm, diesen Wunsch möchte ich euch dann auch erfüllen. Ich bin gerade immer überlegen, ob ich die neue Kette drauf mache. Ich glaube, das mache ich erstmal nicht. Wir rennen einfach mal so mit dem Panzer ins Gefecht. Ich habe übrigens aktuell keinerlei Mods aktiviert. Ähm, ist immer noch... Oder war das gestern? War das Mittwoch, als der Patch kam? Also, ich meine, das war Mittwoch. Mittwoch kam, glaube ich, der Patch. Äh, ja, es gibt noch nicht wirklich aktuelle, ähm, Mods. Die einzige Mod, die ich jetzt drauf habe, ist XVM. Die ist aber buggy, deswegen starte ich gerade ohne XVM. Da schließt sich das Spiel bei mir immer nach drei Minuten. Kann ich eigentlich die Uhr nachstellen. Äh, habe ich eigentlich sogar die Uhr nachgestellt, weil ich habe schon zweimal versucht aufzunehmen mit XVM. Und dann, äh, ist es immer geschlossen worden. So nach zwei Minuten reiß ich. So, Stopping Server, schließt das Game, stand dann in der Befehlszeile und das war es dann auch schon. Deswegen werde ich jetzt ganz einfach mal ohne XVM spielen. Aber ich habe die neuen, ähm, Waffensounds drauf. Also, die Waffensound-Mod. Gnome Fathers Historical Gun Sounds oder so heißt das, glaube ich. Die ist auch an meinem Mod-Package dabei, das ich verlinkt habe. Also, das, ähm, Launch-Mod-Package of Doom benutze ich, glaube ich. Das ist damit bei. Das brauche ich auch. Also, ich habe sofort geguckt, ob ich mir das zumindest Single installieren kann. Denn ich finde, wie gesagt, die Weapon-Sounds von World of Tanks, die Stock-Weapon-Sounds, einfach grauenhaft. Das sind keine Kanonen, das sind einfach, äh, keine, keine historischen Kanonen. Das sind einfach irgendwelche Schreckschusspistolen, so hören sich die an. Die machen Plopp. So, und da macht es nicht Bumm, Ratter, 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 sondern es macht Plopp. Deswegen finde ich das ganz gut, dass es da eine Mod gibt und dass die Mod auch ordentlich unterstützt wird. Ähm, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich die dann gleich installieren konnte. So, der Plan ist, ich möchte gerne die linke Flanke hochfahren. Äh, ich habe die linke Flanke auch noch nie mit dem Jagdpanzer gespielt. Ich weiß nicht, ob das klug oder blöd ist. Ich habe einfach die Hoffnung, dass ich bis zur Mitte irgendwie durchrücken kann mit meinen Kollegen da unten. Wobei die, ja, ich bin eigentlich alleine hier oben. Die beiden da unten fahren ja wirklich, ähm, die Straße unten lang. Die beiden da unten fahren ja wirklich die Straße unten lang. Ich würde sagen, ich stelle mich einfach erst mal kurz hier hin. In der Hoffnung, dass die da unten ein bisschen was klären können. Eventuell rücke ich dann gleich nach. Aber, ja, vielleicht könnte ich da hinten nämlich so einen Kollegen treffen. Ach, scheiße. War schlecht, ist weitergefahren. Hätte ich nicht mitgerechnet. Hätte ich nicht mitgerechnet. Äh, was haben wir da? Da haben wir doch einen, äh, eine Stuck. Und die haben wir sogar getroffen. Praktisch. Die dürfte mich auch nicht gesehen haben. Ich habe das natürlich jetzt hier nicht drauf. Ich weiß nicht, ob ich gesehen werde oder nicht. Komm doch mal vor, Mr. Stuck. Die VK bleibt da einfach. Ähm. Ja, ich hoffe, dass sie die Front rechts, äh, da, dass sie die Front rechts halten können. Was haben wir denn da unten? Den kann ich gar nicht sehen. Ja, ich fahre meistens über die linke Front, ähm, auf der Map. Ach so, sie haben in dem Patch noch eine ganze Menge Maps irgendwie, ähm, verschönert. Und ich habe, und eine neue Map kam auch raus. Die neue Map habe ich noch nicht gesehen. Obwohl ich das schon wieder ein paar Stündchen gespielt habe. Aber irgendwie, ähm, bin ich noch nicht in die neue Map geworfen worden. Zumindest nicht wissentlich. Vielleicht war ich auch drin und habe es nicht so wirklich realisiert. Äh, aber das wüsste ich eigentlich. So, ich sehe gerade die KV-Jungs. Zumindest der eine KV-1 ist schon relativ weit vorne. Äh, also gehe ich davon aus, dass er die Mitte da eingenommen hat. Dass er die hält. Ich hoffe auch, dass er sie halten kann. Da unten kommen noch ein T49. Das ist natürlich alles ein bisschen uncool, was da ist. So. Läuft jetzt doch, äh. Das sind auf jeden Fall die HD-Karten, die drin sind. Die XVM-Karten sind aktiv. Ich habe jetzt, wie gesagt, ohne... Oh, oh. Da sind hier 49. Das sind diese hart gepanzerten Kackdinger. Ich würde da bestimmt jetzt nicht vorfahren, Kollege. Können wir schön alleine machen. Ähm, dem KV-1 da hinten geht es gut. Und dem Panzer IV geht es nicht mehr so gut. Ich bin gerade mal überlegen, wo wir am besten hinfahren. Ah, das mag ich an World of Tanks. Ja, dass es relativ taktisch ist. Also man muss wirklich genau überlegen, wo man sich jetzt gerade hin bewegt. Aber hier ist, glaube ich, gerade eine sehr gute Position. Oder auch nicht. Die sind nämlich doch nicht da in der Mitte. Ich dachte gerade, dass ich den einen vielleicht da sogar treffen könnte. Habe ich aber irgendwie falsch gedacht. Den da kann ich aber treffen. Oh, und den haben wir euch sogar ganz gut getroffen. Naja, wobei, 82. Da hat ein Kollege noch den gleichen Plan gehabt scheinbar. Der T49 lebt noch. Ist der einfach durchgefahren? Ach, verdammt. Die sind an der rechten Flanke durch. Hm. Ja, ansonsten gab es ein paar Interface-Updates. Äh, oben in die Leiste seht ihr jetzt. Da wird jetzt angezeigt, wie viele Abschlüsse das jeweilige Team hat. Also aktuell steht es 8 zu 7. Wir haben 8 Abschlüsse. Die Gegner haben 7. Finde ich ganz nett. Und davor gab es ja auch schon so eine Art Interface, wo angezeigt wird, wie viele Panzer gerade noch auf dem Schlachtfeld sind. Jetzt ist es aber erheblich deutlicher. Also es wird zum Beispiel das Team hervorgehoben, welches gerade, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, führt von den Abschüssen her, ne. Also das ist ja immer nicht das Spielentscheidende. Aber jetzt haben wir gerade echt ein Problem. 20 Sekunden. Das ist so wie das letzte Spiel eigentlich. Und ich kann nur hoffen, dass wir da irgendwie jemanden runterschießen können. Ah, der KV-1S war ein bisschen fleißig. Ich glaube, von hier können wir sogar reinschießen. Also haben wir durchaus eine ganz nette Position. Der Cromwell da hinten aber nicht. Au, sag mal, was soll das denn? Bist du bescheuert? Fuck my life. Ich hasse das. Wenn Team-Mits nicht aufpassen, ist mir die EP-Entschiedigung auch egal. Mal. Treffer. Den krieg ich. Jawohl. So, da ist ein KV-1S. Noch ein Treffer. Komm schon. Ach, Kollege, du hast mir geklaut. Ganz genau habe ich das gesehen. Aber wir können doch da eigentlich raufgucken. Der soll mal ein bisschen weg... Wo ist der? Da ist er. So. Das wäre doch ein Witz. Wurde gerade sagen, wenn wir den nicht auch noch bekommen. Einer lebt bei denen nur noch. Das ist der KV-1S. Der steht da hinten. Der guckt wahrscheinlich, ob er uns da irgendwie trifft. Aber ich glaube, uns kann er noch nicht sehen. Wir sind... Oh, jawohl. Ich habe ihn getrackt. Wir sind ja relativ gut versteckt. Ich glaube, uns kann er nicht sehen. Der hat noch nicht auf uns geschossen. Aber jetzt habe ich leider einen daneben gesammelt. Sag mal. Warum treffe ich den denn jetzt nicht? Nur ein Wirkungstreffer. Irgendwie treffe ich den gerade sehr blöd. War es das schon? Ah, das Spiel ist schon vorbei. Ja, ganz gute Runde eigentlich. Wir haben drei Abschlüsse gemacht. 17.000. Das ist ja Sieg des Tages gewesen. 17.000 Credits. 1.178 Erfragungspunkte. Schauen wir uns mal an, was wir alles so gemacht haben. Erstmal Teamauswertung. Naja, gut, da sind wir jetzt nicht ganz so toll. Ich glaube auch... Ja, wir haben leider nicht mal ein Badge bekommen oder sowas. Dafür haben wir, glaube ich, zu wenig Gegnern gespeckt, also entdeckt. Und an sich zu wenig Schaden gemacht. Also so viel Schaden war das jetzt ja nicht mal, ne? Weil das auch ein paar letzte Treffer waren, da ist ja dann die Schadenswirkung nicht so hoch. Also hier zum Beispiel 29, auch wenn es ein Abschluss ist, geht es ja auch um den Schaden, ne? 671 Schaden nur gemacht. Ja, eine durchschnittliche Runde, sage ich mal. Aber dann können wir eigentlich nochmal eine Runde mit dem fahren. Dann haben wir nämlich eine schöne Runde mit der SU-85 beisammen. Gerade mal legen, ob ich mir doch die Tracks noch hole. Drehen, Wänden, 35 und das sind... Naja, gut, da ist die Steigung wirklich nicht so hoch. Da ist die Steigung nicht so hoch. So, ansonsten, ähm... Ich gehe mal ins Gefecht. Habe ich den Kommentar bekommen von, äh... Anwi. Ich darf ihn... Anwar. Anwar oder Anwi? Ich weiß nicht mehr genau, wie ich das sagen soll. Äh, ich darf... Ich darf ihn abkürzen, hat er mir letztens erlaubt. Und zwar die unterschiedlichen Forschungskosten. Und da habe ich ja letztes Mal nachgefragt, was das denn wohl zu bedeuten hat. Weil ich das absolut nicht weiß. Ich war da ja so ein bisschen verwirrt. So, die Russen haben weniger Forschungskosten. Und seine Erklärung war, dass es davon abhängt, wie viele Komponenten man auf einem Panzer erforschen kann. Zum Beispiel, wenn ein Nachfolger mehr... Kostet ein Nachfolger mehr Erfahrung, wenn man nur zwei Kanonen und einen Motor erforschen kann. Anstatt vier Kanonen und zwei Motoren. Also, man merke, äh... Kann man... Kann man, ähm... Kann man nur... Kann man weniger erforschen. Kostet eher mehr. Und kann man mehr erforschen, kostet er weniger. So habe ich es jetzt verstanden. So war das, glaube ich. Ja. So. Ansonsten, äh... Zum Tiger. Da habt ihr mir sehr viel Contra gegeben. Äh... Viele von euch haben geschrieben, der Tiger ist nicht... Ist kein durchschnittlicher Panzer. Er ist, äh... Er ist wirklich ein ganz guter Panzer, habt ihr gesagt. Aber für Anfänger nicht, ähm... Zu empfehlen. Ich werde mal jetzt auf die rechte Seite rüber gehen. Ich habe hier übrigens noch nie die rechte Seite gespielt. Und mit dem Jagdpanzer schon gar nicht. Ich werde das einfach mal probieren. Ich werde mich mal da oben irgendwie hinstellen. Da war ich einmal, glaube ich, mit dem Shaman und habe hier aber nicht versagt. Weil die rechte Seite einfach nicht gedeckt wurde. Da stand ich dann da oben alleine in meinem Busch und wurde voll zermatert. So. Ich werde aber diesmal... Ah, jetzt steht ja auch schon ein anderer Kollege. Ist natürlich blöd. Könnt versuchen, noch irgendwo anders mehr Plätzchen zu finden. Aber, ehrlich gesagt, wüsste ich gerade nicht so wirklich, wo. Ich werde mal hier einfach so ein bisschen die Mitte abdecken. So, dann kann ich zur Not, weil der ist ja... Steht ja da. Ich gehe mal in dieses kleine Büschchen hier rein. Machen wir mal die Feststellbremse an. Und dann schauen wir mal, ob da irgendjemand hochkommt. Manchmal gehen die nämlich über diese Ruinen da. Die haben wir dann damit zumindest ein bisschen abgedeckt. Und ich hoffe, der passt ein bisschen auf die rechte Seite auf. Ansonsten auf der Karte kommen die auch ganz... Oh, Bala. Jetzt habe ich gerade... ...eine Taste gerückt. Na, gucke mal da. Nein. Fahr ein Stück zurück, Kollege. Ah, okay. Das war es schon. Die Passage kann man also auch ganz gut abdecken. Da kommen auch welche durch. Wie gesagt, erst... Ja, super. Das war natürlich klar. Der wird wahrscheinlich nicht mich entdeckt haben, sondern den T-34 da. Das weiß ich ja leider nicht mit Seven Senses oder wie das da heißt. Seven Senses, keine Ahnung. Siebter Sinn, glaube ich, heißt das. Da weiß man ja dann, sobald man entdeckt wurde auf der Karte von einem Gegner, als man sichtbar ist, kriegt man so eine kleine Glühbirne über den Kopf. Oder je nachdem, was man sich da selber rein moddet. Das ist natürlich immer unterschiedlich. Ich würde sagen, ich rücke mal ein kleines bisschen vor. Werden heute wohl doch nur zwei Folgen, weil wir jetzt schon bei 18 Minuten sind. Die erste Folge war relativ lang. Wie schauen wir eigentlich vom Tierlevel aus? Naja, T5. Wir haben ein paar T6 dabei. T6 könnte ich vielleicht sogar noch durchschlagen. Ich habe jetzt mit dem, auf dem her jetzt nicht die supergeile Kanone. Das ist, da ist, glaube ich, eine, für einen Jagdpanzer keine supergeile Kanone, muss ich dazu sagen. Also es ist immer noch, Jagdpanzer haben immer noch sehr starke, eine sehr starke Bewaffnung drauf. Und ich mache, glaube ich, gerade einen Riesenfehler, wie ich fahre. Ich hoffe, dass der T-51 da ein bisschen aushält. Wie viele Arteneriegeschütze wir hier eigentlich schon wieder haben. Sind das drei Stück? Pah. So, was haben wir denn da? Treffe ich den überhaupt? Ich glaube irgendwie nicht. Der ist so ein Blödsinn am Felsen. Ja, fahr ein Stück zurück, bitte. Fahr am besten da lang. Den habe ich getroffen. So, jetzt ist die Frage, wo fährt der hin? Wenn er hier vorbeikommt, ist das kein Ding. Hauen wir ihn um. Da ist er ja sogar. Ach, fuck. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, das war jetzt ein Fehler. Ja, ja, so läuft das, wenn man in keine Deckung kommt, obwohl da der T-34 war. Scheiße. Naja, egal. Dann war es das für die Folge. Und wir sehen uns im Part 12 wieder. Dann mit einer normalen Folge, weil ich da nicht mehr so viel erklären muss. Also nichts mehr über den Patch. Und ich denke mal, in der nächsten Folge werde ich mal den... Eigentlich wurde sich gewünscht, spiele mal was schweres. Aber der KV1 ist ja eigentlich schwer. Ich könnte natürlich nochmal den KV1 zocken. Aber eventuell gehe ich ganz einfach mal auf den Panzerkampfwagen 3-4. Weil wir den Panzerkampfwagen 4 schon mal hatten. Ich bin mit dem hier nicht ganz so zufrieden. Er ist zwar vorne ein bisschen besser angewinkelt. Also sollte eigentlich eine etwas bessere Verteidigung gegen Frontangriffe haben. Aber irgendwie habe ich mit dem bisher noch kein Glück gehabt. Also, ja, mal schauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Euer Rio. Ciao. Ciao.